Hallo, ich bin Helen Bartel von Ixly. Kennen Sie das? Sie füllen online einen Fragebogen aus und das dauert total lange und Sie verlieren die Geduld. Für Persönlichkeitstests haben wir dafür eine Lösung. Wir haben jetzt nämlich einen Adaptiven entwickelt. Das bedeutet, er passt sich an die Antworten an und wählt nur die relevanten Fragen aus. Es gibt ein Drittel-Zeiteinsparung und die Qualität der Ergebnisse ist trotzdem genauso gut wie bei klassischen Tests. Deshalb ist unser adaptiver Persönlichkeitsfragebogen eine Innovation.